Hallo aus Seligenporten, einem Ortsteil des Marktes Pürbaum im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Und zwar sind wir unterwegs in Richtung Süden, von Pürbaum kommend und biegen jetzt mal ab in Richtung Allersberg. Ein sehr interessanter Turm vor uns. Ich dachte, das ist eine Kirche, aber bin mir jetzt nicht sicher. Sieht aus wie ein Stadtturm. Vor uns ist jetzt die Kirche. Wo bin ich hier gelandet? Im Klosterhof. Aha, das erklärt einiges. Klosterhof und Bräugasse. Und hier ist die Klosterbrauerei von Seligenporten. So. So. Die Tour de France führt gerade durch diesen Ort. So. Da kommen noch welche. So. Jetzt ziehen wir durch. Schauen wir uns nochmal die Kirche da an. So. Auch hier könnte man noch ein Stückchen weiter fahren. Gasthof, Kloster, Seligenporten. Boah. Nicht schlecht. Biergarten. Hier wird es eng. Jacob ata. Job. Und hier ist die Zeiturlingt. Restaurant Il Penziero. So, der Gedanke. So, fahren wir noch mal die gleiche Straße in die entgegengesetzte Richtung, damit wir uns diesen Gasthof noch mal näher ansehen, hier nach links, da steht natürlich einer, aber es geht weiter, Biergarten, was geht los hier, Blick auf die Kirche, auf die Fenster der Kirche, so, und jetzt können wir eigentlich weiter fahren. Boah, ist hier was los. So. Leider geht es gegen die Sonne, wir müssen hier aber nach links abbiegen. Und sind auf der Möninger Straße. So. 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 So.